Have your attention, please. Buongiorno, buenos dias und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Meine Krafte, meine Krafte, Leilani's Krafte. Ich habe einen super geilen Tipp bekommen. Vielen Dank, lieber Ivory. Ja, ich weiß, es leckt. Oh, the sun is shining, the weather is dirty. Ja, und zwar sollte ich einen Vorplatz bauen. Ich habe ja gar nicht daran gedacht, dass das eine Burg werden soll. Gar kein Schloss. Falls ihr das Theater im Hintergrund hört, meine Katzen spielen. Genau über mir. Ja, das sollte ja eine Burg werden und mit Burgplatz und sowas alles. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie das zu handhaben wäre. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Entweder mache ich hier wirklich noch so einen Vorplatz, aber das fände ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Weil das ist ja so schön, dass die Burg hier drauf steht. Oder ich kriege einfach hier ein Schloss. Ach, guck mal da oben. Hallo. Come to me. Come to me. No. Ja, weiter im Text hier. Ich war dabei. Habe ich noch genug Cobblestone eigentlich? Nicht wirklich, ne? Wollte eigentlich hier vorne den nächsten Turm machen. Und zwar hatten wir das folgendermaßen getan. Get away, get away. Der erste war frei und dann kam ein, zwei, drei im Dreier immer. Alles klar. Machen wir mal einen Dreier hier, aber einen flotten. So. Ein, zwei, drei und dann hier frei und dann direkt schon wieder verbaut. Verkackt. Gut. So, und da. Was ist das jetzt hier? Das war doch falsch. Aber irgendwie ist auch meine Maus und so gerade so komisch. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum das so lag gerade. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich einfach einspülen. Ich muss mal was essen. So, heute nehme ich nur ganz kurz eine Folge auf. Eine. Kann ja mal eben gucken. Wir haben jetzt 12.57 Uhr. So. Weil ihr sollt heute eine bekommen. Ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit, meinen Stuff zu machen. Ganz ehrlich. So, hier war nix, ne? Ähm, dann eins. Also dann kommen ja drei. Ich muss, hab meine Mausempfindlichkeit, glaube ich, irgendwie anders. Weiß gar nicht, was hier los ist. Huh. Vielleicht doch fast runtergefallen. So. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, hier in der Folge den Turm hier zu basteln. Das wäre natürlich extrem nice. Aber jetzt wird's gerade dunkel, ne? Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. So. Dann kommt hier das nächste. Das sind jetzt zwei. Boah. Ich wackele hier rum, ey. Ich fühle mich, als wäre ich besoffen. So. Und dann drei. Ne? Und wir können ja die Türme dann ruhig auch etwas höher machen, so wie wir gerne hätten. Ach, ich brauche einen Wassereimer. Habe ich einen mit? Aber kein Wasser. Weil ich muss mich ja irgendwie hier wieder runterfallen lassen. So, bevor jetzt die Creeper kommen und uns auf die Schnauze hauen, schlafen wir eine Runde. Ah, guten Morgen in the morning. So, habe ich noch Kobbel? Den nehme ich direkt mal mit. Und dann möchte ich mir mal eben meinen Wassereimer auffüllen. Ja, mit dem Pool, der da hinter dem Weg ist. Warte mal. Dann machen wir das anders. Dann buddeln wir uns hier kurz einen rein. So. Und dann, wutz. Meins. Oh. Also. Irgendwie ist Minecraft gerade komisch. Weiß auch nicht, wieso. Und hier, das, ne? Können wir eigentlich knicken. Das brauchen wir gar nicht. So. Da können wir zumachen. Oder sollen wir das auflassen? Ne, eigentlich können wir... Können wir auch auflassen. Ist egal. Ist nicht schlimm. Da passiert ja nichts. So. Was haben wir denn hier hinten? Hier haben wir zwei... Oh. Mein Gott, ey. Jetzt hör doch mal auf, so blöd zu tun, Maus. Echt. Boah. Ist ja furchtbar. So. Dann hier so, ne? Putz, putz. So. Jetzt muss ich mich wieder hier hochbauen. Ist ja immer dasselbe. So. So. Und dann kommt jetzt hier wieder... Jetzt haben wir hier... Eins, zwei, drei. So. Jetzt kommt hier wieder eine Lücke. So. Putz. War ja klar. Das ist halt Feilani, ne? Das müsst ihr euch... Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann echt dazu nichts sagen. Ich bin halt so. Was soll ich sagen? Also, ich fall halt gerne mal irgendwo runter. Und gerade wenn das so blöd ist, jetzt hier mit der Maus. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob ich mich irgendwie anders... Ich muss da später mal nachgucken. Ob das hier nicht in Ordnung ist. Und lauter sprechen muss ich auch. Ich weiß. Ich hab meinen Popschutz gerade nicht drauf. Sehe ich gerade. So. Putz. Im Moment... Momentan echt mein Lieblingswort, ne? Putz. Jedes Mal im LoL, wenn ich jemanden klatsche. Putz. Hier, wenn ich irgendwas vollbracht hab. Putz. Putz, putz, putz. Auch im Fiesta putz ich ganz gerne mal in letzter Zeit. Wenn ich irgendwelche Gegner töte. So, jetzt müssen wir uns nur ein bisschen konzentrieren. Also, beziehungsweise ich, ne? Sonst zähle ich hier wieder hundertmal nach. Das ist jetzt der zweite. Und jetzt kommt der dritte. So. Putz, 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 putz. Oh. Verbaut. Du musst da wieder weg. So, und jetzt kommt ja wieder hier so ne Lücke. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier alles dicht. Hier so. Eins, zwei, drei. Komme ich da hin? Äh, ja. Und schon wieder kein Stein. Also, ich glaube, ich werde hier nicht fertig. Weil, guck mal, wie hoch das noch muss. Und dann brauche ich auf jeden Fall erstmal Cobblestone. War das jetzt richtig so? Ah ja, klar. Hier kommt ja gar nichts hin. Stimmt, ja. So, und dann so. So, die erste Lage. Die zweite Lage. Die dritte Lage. Und wieder zwei geschafft. Und dann verließen sie die Cobblestones. Und hier ist ja eigentlich auch noch gar nicht richtig fertig, ne? Obwohl doch, da müssen wir dann hinterher irgendwie mal schauen, wie wir das machen. Mit dem Dach oder, ja, keine Ahnung. So, und jetzt hier wieder so. Putz. Ups. Wow. Da. Da, da. Gut, dass ich einen Wassereimer habe. Aber ich fliege bestimmt hier heute nochmal runter. Irgendjemand hat da an meiner Mausempfindlichkeit rumgeschraubt. Das war ich wahrscheinlich wieder selber. Jetzt, doch, da ein Stack haben wir noch. Hat da wahrscheinlich wieder irgendwo dran rumgebastelt. Denn sie wusste nicht, was sie tat. Alter Schwede. Bin aber auch ein Trottel, ey. Echt, also. Und weißt du, dann musst du die Steine auch noch für so einen Scheiß verbauen, ey. Das ist ja echt nicht normal. Ne, hier war doch gar nichts. Die ganze Zeit schon nicht, oder? Ja. Ah! Again, 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 again. So, und dann werde ich gleich auf jeden Fall mir hier so einen Wasserlauf runterlaufen lassen, damit ich dann da reinspringen kann. So. Hallo? Was ist das denn? Du sollst doch wandern. Ah, jetzt. Okay, cool. Ähm. Da muss zu. Und hier auch. So, und dann kommen wir wieder. So. Komme ich jetzt noch einmal rum? Ich weiß es nicht. Ansonsten brauche ich Cobblestone. Einmal komme ich rum. Sehr gut. So. Dann werde ich mich jetzt hier runterbauen. Dann habe ich auch wieder Cobble und dann kann ich ja hier hoch. Mal gucken, wie weit ich komme. Putz, 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 putz. Und wenn ich einmal hier bin, ne? Warte mal. Da habe ich die doch. Guck mal. Kann ich doch direkt hier einbauen. Vielleicht liegt es auch in meinen langen Nägeln, dass ich hier irgendwie nicht so richtig zurechtkomme. Ähm. Hey, was soll das? Bin ich hier im? Ach, ich bin im Gletschergebiet. Und das scheiß Eis friert ein. Yo, hätte man ja mal vorher drauf kommen können. Also kann ich da gar kein Wasser hinsetzen? Okay, ich brauche da auch kein Wasser. Aber wäre natürlich von Vorteil gewesen, ne? Wenn ich mich hier hätte immer schön am Wasser runterlassen können und so. Ja, gut. It doesn't matter. It doesn't matter. So. Ja. Schön. Ja, dann muss ich mir was einfallen. Dann muss ich mir was einfallen lassen. Und ich muss auch mal gucken, wie hoch ich den Turm jetzt mache. Ich glaube, das wird der größte, der höchste Turm. Oder vielleicht auch der da hinten. Der hier. Ja, das werde ich dann halt einfach so beschließen. So, jetzt habe ich noch Fichtenholzbretter. Waren die das jetzt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube schon, dass die das waren. Ähm, die ich dann gerne nochmal hier, ja, hinsetzen kann. Ich verbaue hier heute alles aus meinem Inventar. So, du kommst mal bitte kurz. Du kommst mal bitte kurz, du bist fehl am Platz. So. Hier wollte ich ja die Aufgangstreppe machen. Habe ich noch welche? Nein. Da muss ich drüben eben kurz welche holen gehen. Du, 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 du. Ich hoffe, ich habe noch genug Fichtenholz. Ansonsten muss ich Autsch-Roden gehen. Autsch-Roden. Autsch-Roden. Einfach-Roden. Einfach-Roden. Guten Tag, die Damen und Herren. Schön auf unsere Wohnung aufgepasst. Ich bin immer noch da drüben auf der Baustelle. Aber ich würde euch ja ganz gerne mitnehmen. Aber ihr rennt mir ja immer im Weg um. Holzzeug. Aber ihr passt schön hier auf unsere Bude auf. Da, Fichtenholz. Ein paar haben wir noch. Ein paar haben wir noch. Und die Eichenholztreppen, ne? Warum habe ich denn so viele gemacht? War ist das einer noch? Wieso ich so viele gemacht habe? Ihr qualtet nichts mehr. So, jetzt gehe ich mal eben kurz rüber. Ich habe ja Gott sei Dank mehrere Ein- und Ausgänge hier. So. Und go. Ab nach drüben. Oh, was ist hier los? Hi. 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 Ich tue dir nichts. So. Oh, das sieht schon mächtig nice aus. Jedes Mal, wenn ich hier wieder hinrenne, wenn ich wieder was Neues geschafft habe, denke ich mir, boah. Fette Sache. So. Pass mal auf. Ich gucke jetzt mal eben. Fichtenholz. So. Da können wir ja hier mal eben kurz schon mal einmal. Wie machen wir das eigentlich hier? Mache ich hier auch einen Balkon hin? Und wie habe ich das hier gemacht? Ah, okay. Da ist das so abschließend mit dem. Ja, dann würde ich das doch hier glatt auch machen, oder? Ne, warte mal. Da dann hin. So. So. Mal gucken, wie das dann hinterher aussieht. Und mal schauen, was wir hier für den Balkon dann machen. Na? So. Lassen wir das erstmal so. Wir können ja hier dann auch auf jeden Fall noch Fenster reinhauen. So. Damit wir auf jeden Fall dann noch von den Monstern besucht werden können. Nein, damit wir die Sonne sehen. Ich mache das hier mal eben zu. So. Ihr wisst ja, ne? Wir bauen dann hinterher Glas und so was alles. Dann machen wir das aus Glas. Aber erstmal, damit uns die Monster hier nicht so erwischen. Falls mal einer überbleibt. Falls ich mal irgendwie nicht die Möglichkeit habe, schla... Boah, das hat wieder... Guckt ihr das an, ey? Pusch! Falls ich mal wieder keine Möglichkeit habe, schlafen zu gehen. Na, schnarchen auch. So, dann sind wir hier wenigstens safe. Und gleich müsste vielleicht die Tür hier bei mir im Zimmer aufgehen, denn mein Sohn kommt gerade von der Schule. Und ich habe ihn kommen hören. Ah ja, der kommt direkt mit Musik rein. Also, drei, zwei, eins... Ey, da kommt noch niemals seiner Mama Bescheid. Aber das kann ich dir wohl nicht glauben, ey. Wenn ihr von der Schule kommt, ne? Sagt ihr dann guten Tag? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Der rennt direkt nach oben in sein Zimmer und fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum seine Couch da nicht mehr steht. Die habe ich nämlich vorhin rausgeschmissen. Der hat so eine blaue Couch da stehen gehabt in seinem Zimmer. Und der hat so ein tolles Zimmer. Und diese blöde Couch hat da überhaupt nicht mehr reingepasst. Ja, und jetzt steht da seine Couch nicht mehr. Aber er kriegt eine neue. Aber pst. Nicht verraten. So. Naja. Höflichkeit müssen wir ihm noch beibringen. Kann er wohl wenigstens mal seiner Mama guten Tag sagen. Es sei denn, er hat jetzt gehört, dass ich in der Aufnahme bin und ist deswegen so mucksmäuschenstelle nach oben gegangen. Komm her. Nein, nicht mit dem Schwert. So. Dann verbauen wir die restlichen noch. Ja, meine Lieben. Äh, ich habe ja gesagt, nur heute eine kurze Folge, damit ihr wenigstens mal was bekommt. Ich werde auf jeden Fall gleich in die Aufnahme gehen, wenn ich schön gekocht habe für meine Family und so. Ich habe alle anderen Videos schon fertig für heute. Good Game Empire und blablubblub. Dieses werde ich jetzt rendern und dann gleich direkt auf YouTube hochladen. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir uns hier um unser Schlösschen kümmern. In einer mega fetten Aufnahme. Bis dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.